So, heute bei uns Audi A6 der Baureihe 4F 3.0 Turbo-Diesel mit Biturbo-Aufladung. Wir haben 313 PS und 650 Newtonmeter. Der Kunde hat am Anfang eine Box verbaut zur Leistungssteigerung, weil er einfach Angst hatte bezüglich seiner Garantie. Allerdings hat er von der Box nicht wirklich viel gemerkt. Deswegen hat er gesagt, er hätte jetzt gerne eine Anpassung vom Motorsteuergerät. Diesen Wunsch erfüllen wir jetzt hier am Kunde. Wir machen hier jetzt eine Anpassung. Bei dem Auto ist es mittels oder über die OBD-Schnittstelle möglich. Wir machen hier eine Anpassung der Motorkennfelder. Und dann wird man mal sehen, was wir dem Kunde aus diesem Fahrzeug entlocken können. Dass der Kunde nachher danach zufrieden ist und wieder Spaß hat mit seinem Auto, was er momentan leider nicht hat. Jetzt gehen wir mal ab nach hinten. Das Fahrzeug hat ein Soundmodul verbaut. Dann wollen wir euch mal bestimmt eine kleine Korsprobe geben. Bis gleich. Ciao. Ciao. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020